Auseinander! Hört auf damit! Was ist hier los? Danke für deine Hilfe, Ben. Geht wieder an eure Arbeit. Verschwindet! Schubert euch um eure Angelegenheiten. Los, verschwindet! Sag mal, was ist hier eigentlich los? Die Stadt ist in zwei Parteien gespalten, wenn du das meinst. Sie werden nicht aufhören, ehe sie sich die Köpfe eingeschlagen haben. Ja. Ach, gut, dass du da bist. Der Richter will dich sehen. Ja. Herein, bitte. Guten Tag, Richter. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Und wie läuft es auf der Ponderosa? Danke. Wir sind zufrieden. Sie wissen, warum Sie hier sind? Ja, Clem sagte mir, Sie wollten mich sprechen wegen dieser kindischen Fede zwischen den Mans und den Clarks. Warten Sie einen Moment. So kindisch ist das gar nicht. Inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, wo die ganze Stadt betroffen ist. Und was weit wichtiger ist, die Gewalt eskaliert und ich befürchte, dass auch Unschuldige verletzt werden könnten. Also, Clem, mit deiner Autorität solltest du die Situation doch in den Griff kriegen. Ha! Wenn die Mans und die Clarks sich gegenseitig den Krieg erklären, kann ich dagegen gar nichts tun. Die prügeln sich beinahe zu Tode und behaupten hinterher, sie seien vom Baum gefallen. Wenn Sheriff Coffey nicht in der Stadt ist, dann hören Sie schon gar nicht auf den Deputy. Ach, komm schon. Du lässt sie doch von ein paar Raufbeugen nicht einfach terrorisieren. Du könntest sie einsperren wegen Landfriedensbruch oder wegen ungebührlichen Benehmens. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir könnten gesetzliche Maßnahmen ergreifen, allerdings fürchte ich, dass wir keinen Erfolg haben werden. Oder wir warten, bis sie sich gegenseitig umbringen und dann sehen wir zu, dass die Schuldigen bestraft werden. Doch das Beste, was wir tun können, ist, Mord von vornherein zu verhindern, wenn Männer wie sie bereit sind, uns dabei zu helfen. Also, Ben, der Richter meint, dass unter Umständen mal ein Außenstehender mit den Mans und den Clarks verhandeln sollte. Eine gute Idee. Nee, du wurdest gewählt, und zwar einstimmig. Warum ich? Ja, und wieso glauben die Menschen, dass gerade ich der Richtige bin, die Streitigkeiten zu schlichten? Nun, Sie sind unparteiisch, Ben. Und vor allem sowohl die Mans als auch die Clarks respektieren Sie. Also ich, also ich kann eine solche Verantwortung nicht übernehmen. Ich, ach, und versuch mir ja nicht zu schweicheln mit so wunderschönen Worten wie unparteiisch und Respekt, das will ich nicht hören. Außerdem bin ich zu beschäftigt. Ich leite eine Rentsch. In Ordnung. Wenn du so darüber denkst, dann kann dich ja auch niemand dazu zwingen. Das wäre ja noch schöner, wenn man mich da so zwingen könnte. Mein Geschenk. Und wisst ihr, als der alte Henry Clark den vierten Schluck aus der Flasche nahm und bemerkte, dass es Essig war, da schlug er die ganze Bar zusammen. Ich weiß nicht, seit Monaten hört man von der Fede zwischen den Mahons und den Clarks, aber keiner weiß, wie sie angefangen hat. Es begann, als Jim Clark Carol Mahon zur Frau nahm und die Zwillinge geboren wurden. Das löste die Fede aus? Nicht gleich, erst als sie an die Ostküste gezogen sind. Das verstehe ich immer noch nicht. Naja, der Grund des Umzuges war der, dass jede Familie die Zwillinge nur für sich allein beansprucht hat, bis Jim dann eben mit Carol an die Ostküste gezogen ist. Und beide Familien beschuldigen sich jetzt, die zwei vertrieben zu haben. Wisst ihr, sie haben inzwischen jeden erdenklichen Streit ausgefochten, alles, was ihnen einfiel. Ist es denn so dringend notwendig, für euch diese Unterhaltung fortzusetzen? Es gibt doch gewiss auch noch andere Themen, oder etwa nicht? Ach ja, ich war gestern unten am Sword Creek, um zu sehen, wie der Damm hält. Und wisst ihr, der Fluss besteht da unten nur noch aus Schlamm und Modder. Und es ist unwahrscheinlich, wie schlammig das dort ist. Aber es gibt auch andere Stellen dort. Da ist es weitaus weniger schlammig, das kann ich euch sagen. Ich finde nur, Schlamm ist überaus gefährlich. Man kann darauf ausrutschen, ist mir aber zum Glück noch nicht passiert. Ich habe ein Vermögen für die Erziehung meines Sohnes ausgegeben. Und er versucht mich mit langweiligen Geschichten zu unterhalten. Doch, du hast recht, Herr Lim. Ich darf die Tatsachen nicht verleugnen, ob ich will oder nicht. Horst? Ich komme schon, Paar. Wieso muss eigentlich immer ich ran? Versuch's doch mal mit Little Joe. Dich scheint der Fall doch brennend zu interessieren, habe ich recht. Also gebe ich dir die Chance, daran mitzuarbeiten. Aber ohne Waffe bin ich keine große Hilfe, wenn wir bei den Mähens Ärger bekommen. Hör zu, wir wollen den Krieg beenden. Also können wir doch nicht mit der Waffe in der Hand herumlaufen. Was hast du denn vor? Denkst du etwa, da reichen Worte aus? Nein, nein, aber... Nächster Röstpalm-Sonntag. Ich dachte, wir geben dann vielleicht ein Willkommensfest für den neuen Pfarrer. Jeder bringt was zu essen mit und dann wird kräftig gefeiert. Du meinst mit den Mähens und den Klagspaar? Was denkst du? Das ist doch der Witz, verstehst du nicht? Sie werden sich ja wohl nicht direkt vor der Kirche die Köpfe einschlagen, oder? Ich denke, so wird der Pfarrer vortrefflich in sein neues Amt eingeführt. Alles verstanden? Klar doch, Paar. Dafür wird er dir bestimmt sehr dankbar sein. Also los, gehen wir. Ben, wie schön. Guten Morgen, wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Können wir reinkommen? Natürlich, ich freue mich, dich zu sehen. Danke. Nur dich auch, Horst. Danke, ist schon lange her. Setzt euch. Ich habe gerade Kuchen gebacken und der Kaffee ist auch schon drauf. Oh nein, danke. Frischer Kuchen ist aber sicher was für Horst, oder? Ehr ich mich da? Natürlich ehrst du dich nicht, Paar. Doch so gut. Ist Tom hier? Nein, er ist draußen und überprüft die Zäune. Gestern gab es Ärger in der Stadt und man weiß nie, was die Clarks als nächstes vorhaben. Diese Fede zwischen euch und den Clarks, die läuft schon eine ziemliche Weile, oder? Und sie wird auch noch eine Weile dauern. Caroline war das einzige Kind, das Tom und ich hatten und die Clarks haben sie und die Babys vertrieben. Ja, weiß ich, aber denkst du denn, dass dein Verlust weniger schmerzhaft ist, wenn ihr euch weiter bekämpft? Ben, wenn jemand deine Söhne vertreiben würde, würdest du ihn dann wie einen Freund behandeln? In Liebe an ihn denken? Oh, Winnie-Freddy, ich glaube nicht, dass die Clarks Carol vertrieben haben. Mrs. Mann, glauben Sie denn, dass es einen Sinn hat, unendlich weiterzustreiten? Das hilft Carol doch auch nicht. Ah, ihr seid auf der Seite der Clarks. Oh, Mann, wir sind auf der Seite für niemanden. Natürlich sind wir auf keiner Seite. Wir dachten nur, dass man vielleicht darüber reden könnte, dass man vielleicht... Nichts mehr, Ben. Nun, äh, warum wir eigentlich gekommen sind, ist, äh, der neue Pfarrer wird ja nächsten Sonntag kommen, am halben Sonntag. Ja, ich weiß. Wir freuen uns schon darauf, ihn kennenzulernen. Wir vermissen den Kirchgang, seit wir unseren alten Pfarrer Miller verloren haben. Ja, ein großer Verlust. Weißt du, wir, wir dachten, womöglich wäre es nett, wenn wir ein Willkommensfest für ihn geben, für den neuen Pfarrer. Jeder bringt was zu essen mit und nach dem Gottesdienst werden wir alle miteinander feiern. Eine wirklich gute Idee, Ben. Ich werde etwas vorbereiten. Gut, ich wusste, dass ich mit dir rechnen kann. Danke. Herr Hoss, es ist wohl besser, wenn wir jetzt gehen. Wir müssen noch andere einladen. Danke, Winnie-Freddy. Ich trenne mich nur ungern von dem Kuchen. Hast du vor, die Clarks einzuladen? Nun, äh, natürlich. Sie sind auch Mitglieder der Gemeinde. In Ordnung. Aber achte darauf, dass auf dem Fest das Essen getrennt serviert wird. Ich möchte auf keinen Fall etwas von den Clarks essen. Es tut mir leid. Wir würden daran ersticken. Schönen Tag, Tom. Hallo, Peggy. Wie geht's? Wie geht's Ihnen, Mr. Cartwright? Danke, gut. Hallo, Little Joe. Hallo, Peggy. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, bist du hübscher. Ja, du hast recht. Weißt du, ich hab noch gar nicht bemerkt, wie erwachsen du geworden bist. Ich bin wirklich erwachsen geworden, ja. Ich sollte die Wäsche meiner Kinder aufhängen, anstatt die meiner Geschwister. Ich glaube, Peggy, auf ein Mädchen wie dich warten doch sicher genug Männer, hab ich recht. Das Problem ist nur, dass die meisten von ihnen verwandt sind mit, na, ihr wisst schon mit wem. Oh, äh, sind Ma und Pa in der Nähe? Pa ist irgendwo auf der Ranch draußen und Ma besorgt in der Stadt Vorräte. Ja, weißt du, warum wir gekommen sind? Am nächsten Sonntag, Palmsonntag, wird der neue Pfarrer hier eintreffen. Und wir finden es gut, wenn wir ein Willkommensfest für den Mann geben würden. Jeder bringt was zu essen mit und wir feiern ein wenig. Oh, das ist eine wundervolle Idee, Mr. Cartwright. Ich werde sie Ihnen ausrichten. Gut. Und werden alle kommen? Ja, ja, alle werden da sein. Sogar die Mans. Nicht diesen Namen erwähnen, sonst gehen die Pferde noch durch. Also, ich finde es gut, wenn jemand noch Humor hat in Anbetracht dieser kindischen Pferde. Wissen Sie, Sie können leider nicht von mir ausgehen, Mr. Cartwright. Glauben Sie mir, die anderen denken nicht so. Es muss doch schwer für dich sein, zwischen den Fronten zu stehen, oder? Weißt du, schwer ist gar kein Ausdruck. Nie zu wissen, wann aus deiner Familie einer tötet oder getötet wird. Ich hoffe nur, dass der neue Pfarrer etwas dagegen unternehmen kann. Ja, hoffen wir, dass er Erfolg hat. Nun gut, Peggy, sei so nett und richte deiner Familie die Einladung aus. Wir sehen uns am Sonntag. Ich bin sicher da. So kriege ich mal die gut aussehenden Männer der Familie Mähern zu sehen. Wir sehen uns am Sonntag, Peggy. Bis Sonntag. Wir sehen uns am Sonntag. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ben, schön dich zu sehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Hallo, Ben. Wir dachten schon, du kämpfst gar nicht mehr. Ja, wisst ihr, Hopsing ist verreist. Und meine Jungs und ich, wir kochen noch nicht so lange. Also haben wir etwas länger gebraucht für die Zubereitung des Essens. Also, ich finde, langsam könnte er kommen. Bei diesem Duft kriege ich Appetit. Das ist nicht wahr. Nachdem du den ganzen Weg damit verbracht hast, von den Bohnen zu naschen? Unsere Bohnen mit Schweinefleisch werden mit den feinen Gerichten hier wohl nicht mithalten können. Ich werde auch so langsam hungrig. Ich bin zu aufgeregt, um jetzt was zu essen. Ja, da kommen wir die Mans. Hallo, Ben. Na, wo sollen wir unser Essen und die beste Milch im ganzen Land denn hinstellen? Das ist wirklich nett von dir, Tom. Und wir alle wissen, deinen Beitrag zu schätzen. Warum legt ihr eure Pistolengürtel nicht ab? Weil wir ohne die nirgendwo hingehen in diesen Zeiten. Ach was? Keiner von uns kriegt eine Waffe, weil wir keine brauchen werden. Ja, das sehe ich. Aber von uns kannst du nicht erwarten, dass wir unbewaffnet kommen. Hinter jedem Baum, hinter jedem Felsen könnten die Knacks lauern. Wir brauchen keine Felsen, um auf die Mans zu schießen, wenn wir wollen. Halt! Komm, ganz ruhig, ganz ruhig. John? John, heute ist Palmsonntag. Hörst du, Palmsonntag? Also sei bitte friedlich, ja? Wie soll ich friedlich sein, wenn die Mans anwesend sind? Also ich will hier keine Waffen sehen, verstanden? Keine einzige. Schnellt die Pistolengürtel ab und legt sie dorthin. Ich traue den Mans nicht. Die Mans sollen vorangehen. Ben. Ben. Geht aus dem Weg. Jetzt hört mir mal zu. Ich bin es allmählich leid, eure kindische Feindseligkeit noch länger mit ansehen zu müssen. Schluss jetzt. Also legt eure Pistolengürfel ab oder verschwindet. Nein. Jedermann ist hier willkommen. Das muss der neue Pfarrer sein. Wo ist er hergekommen? Das ist eure Kirche. Und ich bin ihr Hüter. Hass findet hier keinen Platz. Das ist ein Haus der Liebe. Ihr werdet eintreten als Freunde und Nachbarn. Das ist ein Haus der Pfarrer. Ich weiß zwar nicht, wie er da reingekommen ist, ohne gesehen zu werden, aber er hat genau das Richtige gesagt. Gott sei gedankt. Gentlemen. Das ist der Ort, um genau das zu tun. Ach, bitte. Kommen Sie nur. Ich wollte nichts stören. Entschuldigen Sie bitte. Ach, Sie stören mich nicht. Ich dachte, alle wären gegangen. Es war sehr anstrengend, deswegen kam ich hierher, um meine Gedanken zu sammeln. Fast alle sind bereits nach Hause gefahren. Aber als Mr. Doch so lösen wir niemals das Problem. Ah, da bist du ja. Herr Peggy, wir können jetzt nach Hause fahren. Herr Peggy, wir können jetzt nach Hause fahren. Nochmals auf Wiedersehen, Reverend. Reverend, habe ich euch in einem wichtigen Gespräch unterbrochen? Nein. Natürlich nicht, Mr. Cartwright. Ich sagte gerade zum Reverend, wie glücklich wir sind, dass er hier ist. Wie dankbar wir sind. Vielen Dank. Nein, wir haben zu danken, Reverend. Auch wenn ich mich wiederhole, so möchte ich Ihnen doch sagen, dass Ihre Predigt großen Eindruck auf uns gemacht hat. Ich habe unsere Gemeinde noch nie so still und aufmerksam erlebt wie heute. Und wissen Sie, ich hätte nie gedacht, dass so etwas wie heute passieren könnte. Die Clarks und die Merchens singen gemeinsam einen Choral. Und gemeinsam haben Sie sich dann auch über das Festessen hergemacht, nicht? Denken Sie, dies könnte womöglich ein neuer Anfang sein? Ich meine, wäre es nicht wundervoll, wenn es endlich vorbei wäre? Es wäre schön, aber ich denke, Sie dürfen nicht so optimistisch sein. Vielleicht haben Sie recht, Reverend, aber als Sprecher des Komitees, das Versuch der zwischen den strittigen Parteien zu vermitteln, muss ich Ihnen sagen, dass ich sehr froh bin, dass Sie gekommen sind. Sie versuchen also, Ihre Last auf mich zu übertragen? Nun, ich, nein, natürlich nicht, aber dennoch... Sie denken, die Verantwortung liegt von nun an bei mir. Ist es so? Nun, Reverend, ich, es scheint mir, dass diese Menschen an einer ganz bestimmten Art von moralischer Krankheit leiden. Und ist es dann nicht Ihre Aufgabe, solchen Menschen zu helfen? Pfarrer sind auch nur Menschen, oder, Mr. Cartwright? Und nicht immer weise oder geheilig. Mein Vermögen, diesen Streit zu beenden, ist kaum größer als das Ihre. Wissen Sie, ich dachte, wir alle haben gehofft... Wir alle glauben, wir könnten unsere Entscheidungen von anderen treffen lassen. Mag sein, dass das manchmal sogar möglich ist. Aber es gibt auch Probleme, die kann Ihnen keiner abnehmen. Hallo, Ben. Richter? Ich hatte gefürchtet, Sie wären schon nach Hause gefahren. Oh nein, wir... Stimmt was nicht? Ja. Ich wollte zu Ihnen, Reverend. Ich habe ein Problem und ich dachte, Sie könnten helfen. Ja, gern. Was kann ich denn tun? Das geht auch dich an, Peggy. Ich habe leider schlechte Nachrichten. Ich erhielt ein Telegramm von den Behörden aus Illinois. Darin geht es um deinen Bruder und seine Frau. Sie hatten einen Unfall. Einen Unfall? Was ist passiert? Jim, Jim und Carol, sie... Sie sind doch nicht... tot. Es tut mir sehr leid. Wirklich, ich bedauere es zutiefst. Oh nein. Und... Und die Zwillinge? Denen geht es gut. Reverend, vielleicht könnten Sie helfen, es den Clarks und den Mähens mitzuteilen. Nein. Ich werde es tun. Ich gehe heim und... sage es mal ein paar. Ich begleite Sie und werde die Mähens aufsuchen. Und... Ich werde auch dort halt machen. Die Armen... Diese... armen kleinen Kinder. Ich... Ich hole meine Sachen. Miss Peggy? Ich wünschte, ich fände Worte, um mein Mitgefühl auszudrücken. Sie brauchen keine Worte. Ich verstehe sie. Was für eine furchtbare Tragödie. Für die Samenmenschen. Richter, Sie sagten, die Kinder wären unverletzt. Was geschieht jetzt mit Ihnen? Das stand auch im Telegram. Und das geht Sie an, Ben. Der letzte Wunsch der Eltern ist laut Behörden in Illinois der gewesen, dass die Zwillinge Ihnen dann vertraut werden sollen, solange bis Sie über Ihre Zukunft entschieden haben. Ja, also ich... verstehe nicht, warum denn gerade ich? Na ja, weil Sie ein enger Freund der beiden waren. Ja, aber... Und bestimmt haben Sie sich daran erinnert, dass Sie während des Streites der Familien immer unparteiisch waren. Ich kann diese Verantwortung nicht übernehmen. Ich kann nicht, niemals. Sie wissen, Ben, es war Ihr letzter Wille. Natürlich können Sie die Ankunft der Kinder auch ignorieren und lassen die Clarks und die Mans das ausfechten. Nur nicht. Nein, ich glaube, das könnte ich nicht. Aber so eine Entscheidung zu treffen, vor allem mehr Verantwortung, als ich tragen kann. Ich bin soweit. Und sind Sie sicher, Richter, dass die Zwillinge mit dieser Kutsche kommen? Sie haben es doch selbst gelesen, Ben. Reverend, beide Familien sind einverstanden. Haben Sie es Ihnen genau erklärt? Sie waren alle sehr erschüttert, aber Sie werden es verstehen. Damit Sie uns verstehen, ich will weder von den Clarks beeinflusst werden, noch von den Mans. Ich fürchte, Sie haben keine Wahl. Sehen Sie? Sie gaben mir Ihr Wort, dass es keinen Ärger geben würde. Es wird auch keinen Ärger geben. Meine Frau will die Kinder sehen. Will sehen, ob sie wohl auf sind. Sie haben harte Zeiten durchgemacht. Äh, Tom, ich weiß genau, wie du und Winifred fühlt. Aber ihr müsst mir versprechen, dass ihr die Kinder nicht unnötig aufregen werdet. Was ist denn mit denen, Ben? Äh, John! Ich habe gerade auch zu Tom und Winifred gesagt, keine Auseinandersetzung, wenn die Kinder eintreffen. Ja, aber wir wollten die Kinder sehen, weil wir sicher gehen, was... Was es Ihnen gut geht, aber dabei wollen wir es auch lassen. Da kommt die Kutsche. Denkt daran, was ich gesagt habe. Darf ich Ihnen helfen? So. Wie geht's? Hallo. Na, du kleiner Bursche. Also dann, du bist zu und du musst Kenny sein, richtig? Und wisst ihr, wer ich bin? Ich bin Ben Cartwright. Und wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir steigen in den Wagen da drüben und dann fahren wir auf meine Ranch, die Ponderosa. Und nach einer kräftigen Mahlzeit und, äh, ein bisschen Schlaf zeige ich euch die neugeborenen Tiere auf der Ponderosa. Die werden euch ganz bestimmt gefangen. Mr. Cartwright, soll ich nicht mein Pferd an Ihren Wagen spannen und mitkommen? Vielleicht brauchen Sie Hilfe. Danke, Reverend. Das ist nett von Ihnen. Ich kann ihn verbrauchen. Also dann los. Oh. Oh, da sind wir. Hat euch die Pferd gefallen? Ja. So, komm her. Und einmal und zweimal. Peggy, was tust du denn hier? Ich dachte, ich könnte Ihnen bei den Zwillingen behilflich sein. Peggy, also meine Jungs, ich habe den Jungs gesagt, sie können an ihre Arbeit gehen. Was? Ich dachte, sie wären froh, hier wegzukommen. Also Peggy, ich muss unverteidisch bleiben und das kann ich nicht, wenn ich jemanden bevorzuge. Verstehst du das nicht? Ich werde nicht versuchen, sie zu beeinflussen. Das verspreche ich Ihnen. Ich, ich will sie nur liebhaben. Ich bringe sie jetzt ins Haus. Die junge Lady ist ihrem Alter weit voraus und die Kinder brauchen die Liebe einer Frau. Hoffentlich treffe ich die richtige Entscheidung. Mit Gottes Hilfe werden sie das. Kommen Sie rein, Gentlemen. Hallo, Adam. Adam. Reverend. Hallo, Adam. Also, Sie wollen sicher Paar sprechen. Es hat doch nicht etwa Ärger gegeben? Doch, und deswegen wollen wir da ein Paar sprechen. Gut, machen Sie es sich bequem. Was ist? Hast du ein neues Hobby, Adam? Nein, aber ich werde Experte im Ankleiden von Puppen, denn so hat sie schon das zweite Mal in den Brunnen fallen lassen. Wie entwickeln sich die Kinder, Adam? Oh, bestens, danke, nach dem ersten Tag, an dem Peggy sie beruhigen musste und nachdem wir Sue diese Puppe hier geschenkt hatten und nachdem Kenny ein Tier zum Spielen gekriegt hatte. Ich, ich, ich hole Paar. Oh, hallo, was gibt's denn? Nun, wir wollten da ein Paar sprechen, Horst. Adam holt ihn gerade. Ich und Joe sind gerade in der Küche und bereiten eine Mahlzeit für die Kinder zu. Wollen Sie auch was? Nein, danke. Danke, Horst. Das ist mein Schwein. Hey, hey, da ist ja schon wieder dieses Schwein. Kenny, hör zu, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass lebendige Schweine einfach nicht ins Haus gehören? So, kannst du nicht ohne mich mit ihm fertig werden? Hör zu, ich kann nicht kochen, die Kinder erziehen und noch aufpassen, dass keine Ferkel im Haus sind und das alles zur selben Zeit. also zum allerletzten Mal bringt das Ferkel nie wieder mit ins Haus. Abstand? Wir, wir hatten für den Bengel kein Haustier und deshalb bekam er ein Fertel. gentlemen, tut mir leid, dass Sie warten mussten. Ich erledige meine Büroarbeiten jetzt rum, denn da werde ich nicht so abgelenkt. Setzen Sie sich doch hinter. Oh, danke, Ben. Also, Adam hat mir gesagt, es gibt Ärger. Ja, allerdings, Ben. Ich hörte, dass Tom Mann seine Leute versammelt. Er sagt, du hattest Zeit genug, nicht zu entscheiden. Er wartet nicht länger. Was kann Tom Mann denn schon tun? Mit Waffengewalt die Kinder hier wegholen? Ich weiß nicht, aber du solltest vorbereitet sein. Wenn Tom Mann denkt, er kann mit der Schusswaffe etwas erreichen, dann... Gentlemen, es muss doch nicht geschossen werden. Das ist keine Lösung. Da haben Sie recht, Reverend. Das ist wirklich keine Lösung. Es liegt bei Ihnen, Mr. Cartwright. Sie müssen sich, was die Kinder betrifft, entscheiden. Nun, ich brauche Zeit. Ich fürchte, die Zeit ist abgelaufen. Schon in wenigen Tagen wird Oster Sonntag sein. Teilen Sie den Mahens und den Clarks doch mit, dass Sie sich dann entscheiden. Das sind nur noch wenige Tage. Ich weiß nicht... Mr. Cartwright, Sie müssen sich aber jetzt entscheiden. Schon den Kindern zuliebe. In Ordnung. Nächsten Sonntag also. Ostern. Wunderbar. Wir teilen es den beiden Familien mit. So können wir wenigstens eine Schießerei vermeiden, denke ich. Ich wünschte, ich könnte helfen. Das wünschte ich mir auch, Reverend. Keine leichte Aufgabe. Ich habe da ein Problem. Du hast Probleme. Gebt doch was hier! Hey, warte! Schnappt sie dir aus? Ich kriege euch! Wartet los! Schnappt sie dir! Ich warne dich! Dieses Farkel kommt mir nicht in mein Bett! Schnappt sie dir. Psst, pst, pst, pst. Psst, pst, pst. Psst, pst, pst, pst. Psst, pst, 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 pst. Ich werde nicht umziehen gehen, sonst kommen wir noch zu spät. Komm auf meinen Arm, Cowboy. Ja, gehen wir uns umziehen. Darf ich Sie zum Wagen begleiten, Prinzessin? Ja. Für meine heutige Predigt will ich Ausschnitte aus der Bergpredigt verwenden. Das sind Worte, nach denen wir alle leben können. Die schönsten Worte daraus sind vielleicht die folgenden. Ihr habt gehört, wie gesagt worden ist, liebet eure Nächsten und hasset eure Feinde. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Und weiter. Richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und welcherlei Maß ihr messet, wird euch gemessen werden. Es ist gleich hier um die Ecke. Wirst du es finden? Ja. Brauchst du Hilfe? Nein. Amen. Selig sind die, die da geistig arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Selig sind die Kinder, denn sie werden die Friedfertigen geheißen. Amen. Bevor wir nun unser letztes Lied singen, sollte ich noch verkünden, dass Ben Cartwright diesen Tag ausgesucht hat, Ostersonntag, als Tag für die Sorgerechtsanhörung, hier in der Kirche, um 2 Uhr. Den Schutz und das Sorgerecht für Kenny und Susan Clark überträgt er der Familie, die am überzeugendsten beweisen kann, dass sie der Erziehung und der Fürsorge für Kenny und Susan gewachsen ist. Wir singen jetzt das Lied Nummer 137. So, bringt sie zum Wagen und wartet am Mietstall auf mich. Bist du sicher, dass ich dir nicht helfen soll, Pran? Danke, ich warte schon. Kümmert ihr euch um die Zwillingen, ist gut. Mr. Cartwright? Jetzt liegt es bei Ihnen. Ja. Danke für Ihre Hilfe, Reverend. Und für das hier. Ich glaube, es liegt bei mir, aber ich fühle mich jetzt nicht mehr ganz so allein. Ich glaube, es liegt bei Ihnen. Ich habe nicht viele Tage mit diesem Problem, das Sie alle betrifft, beschäftigt. Und ich hoffe, dass wir eine faire Lösung für alle finden können. Mr. Clark und Mary, ich frage euch, was könnt ihr diesen Kindern bieten, falls ich sie euch zuspreche? John, steh auf. Wir haben viel zu geben und du kannst davon erzählen. Das scheint mir nicht richtig, Mary. Nur hier aufzustellen bei Ihnen. John, es ist doch völlig egal, ob es falsch oder richtig ist. Ich will auf jeden Fall die Kinder. Gut. Eins will ich dir sagen, was ich diesen Kindern bieten kann. Ich werde ihnen ein Zuhause geben. Ihr wisst alle, dass ich ein wohlhabender Mann bin. Nicht reich, aber ich habe genug Geld, um diesen Kindern geben zu können, was immer sie wollen. So wie meinen eigenen Kindern. Jedes von ihnen wird ein Pferd haben, genug zu essen und die passende Kleidung zu jeder Jahreszeit. Das können Mary und ich den Kindern bieten. John, ich glaube, du hast die Bedeutung meiner Worte nicht ganz verstanden. Ich wollte damit nicht sagen, was du ihnen bieten kannst an Sachwerten, etwa Pferde oder Geld oder... Das sind materielle Dinge. Heute Morgen konntet ihr hören, wie Reverend Jordan aus der Bergpredigt vorgelesen hat. Die Köpfe gesenkt hörte ich euch, euch alle sagen Amen zu diesen großen Gedanken. Und nun frage ich dich, John Clark und dich, Mary Clark, werdet ihr eure Feinde lieben können? Wenn ja, fordere ich dich auf, tritt hinüber zu Tom Maham und biete ihm deine Hand in Freundschaft. Dazu hast du kein Recht, Ben Cartwright. Wie könnten Mary und ich den Mahams vergeben? Wie könnte ich meine Hand einer Familie anbieten, die uns verunglimpft hat? Das werde ich niemals tun. In Ordnung. Wie du willst. Mir scheint, dass du wirklich sehr wenig zu bieten hast. jetzt mal Ruhe, Freunde. Hey! Die Anhörung ist doch nicht vorbei, oder? Tom? Tom Maham. Was hast du? Was hat Winifred zu sagen? Also, Tom, wir haben viel zu sagen. Moment. Tom, dann lass mich aufstehen und Ben, ich denke, du weißt, dass wir nicht reich sind. Aber wir können mit John Clark Dollar für Dollar mithalten. Wir werden alles für diese Kinder tun, was wir auch für unser eigenes Kind taten. Für das eine, dass die Clarks uns genommen haben. Ja, sie haben es uns genommen. Du weißt, dass meine Tochter noch am Leben wäre, wenn... Winifred, bitte, das steht hier nicht zur Diskussion. Wir wollen hier entscheiden, welche von beiden Familien das Sorgerecht für diese Kinder erhalten soll. So frage ich dich, wie ich John Clark gefragt habe. Würdest du sagen, ihr beide können Kenneth und Susan den Schutz eines Heimes bieten? Indem die Liebe Gottes nicht nur etwas ist, wovon man in der Kirche hört, sondern sie auch praktiziert? Wenn du das kannst, dann wärst du, Winifred. Und du, Tom? ihn übergehen zu Mary und John und ihnen die Hand zur Freundschaft reichen. Oh, Ben, du vergisst, dass ich eine Tochter hatte. Wie kann ich den Leuten meine Hand geben, die mein Kind auf dem Gewissen haben? Zweites Buch Samuel, erstes Buch Könige, hier. Ach, mein Herr, ich und diese Frau wohnten in einem Hause und ich gebar bei ihr, bei ihr im Hause und über drei Tage gebar auch sie und als sie am Morgen aufstand, war ihr Kind tot. Sie nahm das andere Kind als ihr eigenes. Und der König sprach, holet mir ein Schwert. Und da das Schwert vor den König gebracht war, sprach der König, teilet das lebendige Kind in zwei Teile. Um mich zu entscheiden, richte ich mich nach der Weisheit eines Mannes, eines Richters, der viel bedeutender ist als ich. Ich rede vom Urteil des Königs Salomo. Teile das lebendige Kind in zwei Teile. Und gibt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Die Zwillinge Kenneth und Sue sollen also getrennt werden. Kenneth wird der Sorge um Pflege von John und Mary Clark anvertraut. Sue vertraue ich Winifred und Tom Mahan an. Hoss, würdest du Kenny bitte zu Mrs. Clark bringen und Joe übergib Sue Mrs. Mahan. Nein, ich will nicht mit dir gehen. Ich will zurück zu meiner Schwester. Du darfst mich nicht wegnehmen. Ich will doch nur zu meinem Bruder. Bitte, bitte, ich will nicht weg von ihr. Ich will zurück zu meiner Schwester. Oh, mein kleiner Liebling, es ist alles in Ordnung. Alles wird gut werden. Ich will doch nur zu Kenny. Es wird nicht funktionieren. Sie werden nicht mitmachen, Ben. Ihr dürft mir meine Schwester nicht wegnehmen. Bitte, nein, ich will nicht. Glauben Sie, es war richtig so? Warten Sie nur. Das können wir getrost Kenny und Sue überlassen. Nehmt mir bitte meine Schwester nicht weg. Oh, Kenny, Schätzchen, wir werden dir ein gutes Zuhause geben. Und ich, ich habe schon ein Pferd für dich mit neuem Sattel und neuem Zaumzeug. Ich will kein Pferd, ich will meine Schwester. Bitte, lass mich doch bitte bei Kenny. Er braucht mich. Tom, ich kann es nicht. So sehe ich sie auch lieben. Ich will sie, aber die Kinder dürfen nicht getrennt werden. sie gehört euch. Sie beide gehören euch. Behandelt sie gut. Minnie. Was für ein Glück. Meine Kleinen. Sind sie nicht? Mist. Oh, John, das kann ich nicht. Wo wir doch noch unsere eigenen Kinder haben, da können wir doch die beiden kleinen Tom und Winifred nicht wegnehmen, oder? Ja, vielleicht hast du recht, Mary. Gut. Also, steht auf und geht rüber. Geht schon. Winifred, Tom, ihr braucht die Kinder mehr als wir. Oh, meine Kleine. John, es ist lange her. Ich wäre also nicht ehrlich, wenn ich dir jetzt meine Hand reichen würde. Aber ich hoffe, es dauert nicht mehr lange. Ja, das hoffe ich auch sehr, Tom. Tom. Selig sind die Friedenstiften. Oh, danke, Ben. Ich glaube, dieser Friedensstifter hatte die Hilfe eines Wesens, das viel weiser ist als ich. Dank unserem Referent hier, Ich bin Reverend Jordan. Ich glaube, ich werde hier erwartet. ich bedauere die Verspätung. Ich hoffe, Sie haben mein Telegramm erhalten. Ich bin